Hallo lieber Leon-Schmidt-Sammeln-Freundi! Thema SSV Ulm, Regionalliga Südwest, 2022-2023, 27 Spieltag. TSG melgieren gegen SSV Ulm im Gymnasium 2-1. Startelf, TSG, Belgien, Trinzinger, Vogeler, Schmitz, Müller, Kuntar, Kühn, Vorrechtser, Vö, Vö, Vöchle, Eisele, Eisele, Sekechfinan, Vetinand. Startelf von SSV Ulm. Das war's von TSG, Balikieren. gegen SSV Ulm, 10.30 Uhr.